Haben Sie Haare? Duschen Sie manchmal? Dann schalten Sie jetzt nicht weg. Denn auch heute haben wir wieder etwas ganz Besonderes für Sie. Unseren neuen 2000 Watt Haartrockner für 81,90 Franken. Für Ergebnisse wie beim Friseur. So, schön nass. Was machen wir jetzt? Einfach warten, bis die Haare trocken sind? Vergessen Sie es. Nehmen Sie einfach unseren brandneuen Haartrockner und zack, zack, ist alles trocken wie die Wüste Gobi. Sehen Sie? So gelingt jede Frisur. Mit dem Haartrockner für nur 81,90. Und wenn Sie es noch billiger haben möchten, dann nehmen Sie doch einfach unsere Haartrocknerin. Die kann genau das Gleiche. Die ist aber 16 Franken billiger. Logisch, weil Frauen ja weniger wert sind als Männer, oder? Weiblich darf nicht weniger wert sein. Gleiche Arbeit verdient den gleichen Lohn.